Hallo liebe Leute, DJKR87 hier in einem Let's Battle mit... Sanon1997 Bei dem Spiel Bomberman Online World. Äh, war es so richtig? Oder... Ich meine schon, ne? Ja, ich glaube schon. Ich meine, es heißt Bomberman Online World. Ja, das ist ein... Nennen wir es einfach Bomberman Online, das steht oben rechts. Ja, okay. Wie ihr hier sehen könnt, so... Bomberman Online. Ja, das ist ein... Das ist... Das ist Bomberman. Und da kann man online spielen. Genau, und das ist ein Freeware Spiel. Und wir haben uns beschlossen, hier uns gegenseitig herauszufordern. Ich hatte die Idee. Vielleicht spielen ja mal Zuschauer von dir mit. Oh ja, das wäre genial. Hier können insgesamt sechs Leute mitspielen. Also, wer mal Lust hat, ne? Wir können uns mal sammeln und ein Let's Battle machen. So mit sechs Leuten. Macht bestimmt Bock. Ja. Ja. Okay. Ähm... Ähm... In Bomberman, also Bomberman... Weiß nicht... Ob das welche kennen... Ähm... Falls nicht, äh... Werden sie das gleich kennenlernen. Und zwar... Drücke ich jetzt mal Ready. Wir spielen den Standardmodus. Vom Bomberman erstmal. Das spielt auch noch andere Modi. Aber dazu später. Und sein Weihnachtsmann sieht echt komisch aus. Also wirklich. Sieht besser aus als der normale einfach rote Bomberman. Ja. An sich stimmt schon. Ähm... Ja. Im Bomberman ist es halt, äh... Das Ziel. Man muss Bomben legen, wie ihr sehen könnt. Ähm... Und muss damit halt den Gegner... Besiegen. Zumindest versuchen. Und, äh... Diese Eier... Äh... Da befinden sich Tiere drin. Die halt bestimmte Fähigkeiten können. Was der kann bei sich jetzt... Ja. Befinden sich noch Tinkoros drin. Yeah. Und wie ihr sehen könnt. Ähm... Wenn der Gegner in eine Explosion geht. Stirbt er. Das war nicht ich. Ich... Es hat gerade jemand anderes für mich gespielt. Ja. Das kannst du dem Weihnachtsmann erzählen. Gut, dass ich ihn spiele. Ja. Was kann man sonst noch sagen? Genau. Äh... Diese komischen Symbole, die ihr hier seht. Ähm... Das sind Power-Ups. Damit, äh... Vermissern wir unsere Fähigkeiten. Wie zum Beispiel mehrere Bomben legen. Oder Feuerkraft. Und Schnelligkeit und so weiter. So. Äh... Warum sperrst du dich da ein? Boah... Stirb. Keine Lust. Wie? Willst du sterben? Okay. Komm her. Ich mach dich... W-w-w-w- Ich hab doch gedrückt! Nein! Schiebung! Äh... Ciao! So. Na! Meine Bombe! Okay, dann nicht. Was soll das? So willst du mich einfach einspinnen? Hab ich das Gefühl. Du kannst zwar... Nein! Hab ich überhaupt nicht vor. Wie kommst du da drauf? Hm? Ah! Nein! Schade! Ja! Das ist der erste Mann! Oh, es sieht schon mal gut für mich aus. Also, ich kann überhaupt nicht. Ja, sehr gut. Du gehst zwei nur zurück. Sieht gut für dich aus. Mhm. Ja. Die Schurksen stehen nicht schlecht. Oh, Mann. Erstmal... Davor war ich aber eindeutig besser. Ja. Bei der gescheiterten Aufnahme, wie man so sagen könnte. Sei die Schuld. Ja. Meine Schuld. Mein Internet hat gestreikt. Leider. Ja, ja. So. So. Okay. Ah, Turbo Schuhe. So. Äh. Hier ein Ding. Dein Ding. Müsste gehen, oder? Ja. Perfekt. Ich hab ganz nette Items. Ja, ich auch. Ich hab nen Boxhandschuh. Hehe. Ich... Ich hab so'n Schiebedingens und diese Dreierbomben. So'n Schiebedingens? Du bist auch so'n Schiebedingens. Ja, Schiebedingens, also Schiebe. Das nennt man Bombkick. Das nennt man Bombkick. Was? Oh, du hast dich eingesperrt. Hehe. Auch nicht schlecht. Ich hab fast gewonnen. Fast. Irgendwie hast du null Punkte und null Dollar. Wie kommt das? Hehe. Ich weiß nicht. Äh, wie, das war's schon? Hab ich einmal gewonnen? Nochmal. Wow. Es ging schnell. Get ready. So, ich bin ready. Nochmal. Auf ein neues. Gott, jetzt hab ich nur noch null Punkte. Yay. Und ich mach die nochmal kalt. Höher. Nee, nee. Das schaffst du nicht. Sicher? Ja. What's up. Was im Bocken, ne? Hm. Gut zu wissen. Wer hatte die Idee, das zu spiegeln? Ja. Hm. Schwer zu sagen. Ich? Stirb. Nee, das tu ich nicht. Du wirst gleich sterben. Hä? 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 Slowmotion. Wieso leust du denn so langsam? Wieso leust du denn so langsam? Oh Gott! Komm ich steck dich an! Komm her an! Es ist so langsam! Wieso leust du denn so langsam? Hilfe! Unterle- Oh Gott! Ich wollte... Also hast du die Grippe? Viele Hintergrundgeräusche! Sowieso! Oh Gott! Ich geh nicht ins Tor! Ja, vergiss es! Ich geh nicht ins Tor! Nee! Nie wieder! Einmal und nie wieder! Ja und oben immer schön viel Werbung machen! Genau! So! Mann, hier ist es online! Bei mir! Bei Skype! Äh wie? Ich mach Werbung? Hä? Aber da steht bei mir in Skype und es geht nicht mehr weg, Tom! Ah ha! Nur mal Vollbildmodus! Ja, selber schuld! So selber schuld, da kann man nichts ändern! Was? Geh weg! Na! Ja, 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 yes! Ach schade! Ey, das ist unfair, dass du mir den Bock schon hast! Was? Ja! Geile Sache! Fuck! So einfach geht das! So einfach besiegt man Sandro! Oh, also Sandro1997! Ja! Ist nicht schwer! Aber ich tu grad nur so wie ich schon sagte! Jaaa! Immer ein anderes Spiel grad für mich! Ja, aber nicht so viel! So! Roboschur! Nein! Zu spät! Nein! Zu spät! Nein! Vergiss ich! Nein! Jetzt! Du kannst du mich jetzt zu üblich lassen! Yay! Eingekesselt! Bring dich um! Wo wohnst du noch gleich? Das wüsstest du gerne, hm? Jaaa! So weit wird's nicht kommen, dass du mich umbringst! Nee! Kannst du knicken! Okay, dann sagst du mir trotzdem, ich will dich frischhaft nicht besuchen! Ah! Ich bin tot! Wieso kannst du da noch reden, wenn du tot bist? Tja, das... Weiß ich auch nicht! Hab ich sooo im Blut! Bitte! Ah, diese Laufbändernerven! Eigentlich bombt mir die Bomben weg! Das Power-Up! Was ich hier in diesem Level irgendwie schade finde, dass die Bomben nicht mit dem Laufband mitgehen! Ja, das find ich auch bisschen komisch! Das ist irgendwie bisschen unlogisch! Japp! Mario ist auch unlogisch! Warum? Bomberman ist insgesamt unlogisch! Oder kennst du solche komischen Bombermans rumlaufen und sich gegenseitig töten wollen! Ja! Kenn ich! Mit deinem realen Leben! Yay! Ich hab'n... Pinkes Vieh! Ah, ich kann... Wey! So, ich komm' zu dir! Das ist mal schön rum! Komm, kuscheln! Ich hab'n... 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 Ich hab'n...